liebe lego freunde hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen lego news video das allerdings nicht ganz unbedeutend ist der ein oder andere von euch kann sich vielleicht noch daran erinnern dass lego vor knapp einem jahr im januar 2021 eine große umfrage veranstaltet hat es sollte nämlich herausgefunden werden welches set zum 90 geburtstag von lego veröffentlicht werden soll dazu standen 30 verschiedene klassische themen zur auswahl und letztendlich gewann diese umfrage bionicle vor classic space und pirates allerdings kam dann schnell kritik aus der community oft denn lego hatte tatsächlich alle castle themen einzeln aufgesplittet und hätte man diese stimmen alle zusammengezogen hätte lego castle mit großem abstand gewonnen letztendlich hat man es dann so gemacht dass aus den finalen drei die finalen vier wurden und castle wurde als neues thema mit aufgenommen dann zur finalen abstimmung die ergebnisse dieser abstimmung zwischen bionicle classic space pirates und castle sind bis heute geheim allerdings scheint castle gewonnen zu haben denn jetzt kommen wir zur eigentlichen news wie wir nämlich gehört haben soll es tatsächlich eine neue lego ritterburg geben genauer gesagt handelt es sich dabei um das set 10 305 und das trägt aller voraussicht nach den namen lion kings castle oder auf deutsch die löwen königsburg beziehungsweise die ritterburg des königs der löwen auch wenn das jetzt nicht unbedingt was mit disney zu tun hat ich vermute mal dass es sich aufgrund des namens der löwen ritter die gibt es ja durchaus beziehungsweise gab es bei lego dass es sich hier um eine art neu auflage oder homage an das bekannte und beliebte 60 80 kings castle der löwen ritter aus den 1980er jahren handeln wird aktuell gibt es ja schon die mittelalterliche schmiede und die mittelalterliche burg wo wir black falcon ritter drin haben hier eine andere fraktion zu bekommen wäre also durchaus eine willkommene abwechslung zum genauen inhalt des sets kann ich euch allerdings noch nichts sagen ich könnte mir aber vorstellen wenn sich lego tatsächlich an dem damaligen set der 80er jahre orientiert dass wir hier mit jeder menge minifiguren und auch tieren rechnen können denn wenn wir uns das set von 1984 mal anschauen dann sehen wir damals gab es ganze zwölf minifiguren und dann auch noch vier pferde und top ein ziemlich großer wermutstropfen wird dann allerdings der preis des sets sein der soll nämlich bei unglaublichen 349 euro 99 liegen da spricht auf der einen seite zwar für eine ziemlich große burg und vielleicht auch jede menge figuren wie eben schon angesprochen allerdings macht das wohl für die meisten ist unmöglich das set einfach mal so eben mitzunehmen wie es vielleicht mit einem 100 euro set dann gewesen wäre das finde ich furchtbar schade wirklich auf der einen seite denn unter einem geschenk von lego an die fans praktisch zum 90 jährigen geburtstag hätte ich mir preislich etwas anderes vorgestellt gehabt bis zum release der neuen lego ritterburg dauert es dann auch noch ein weilchen der soll nämlich im august stattfinden was auf der anderen seite eigentlich auch wieder ganz passend ist denn die marke lego wurde am 10 august 1932 gegründet ob das set nun am ersten august oder am 10 august rauskommt kann ich euch allerdings noch nicht genau sagen und das soll es dann auch erst mal in aller kürze zur neuen lego ritterburg der lion kings castle gewesen sein die höchstwahrscheinlich im august für 350 euro erscheint was haltet ihr denn davon seid ihr auch von dem preis so geschockt oder sagt ihr für 100 euro gibt es ja aktuell die normale burg zum spielen jetzt ist es cool dass arfolgs hier vielleicht auch ein etwas größeres und wahrscheinlich auch etwas detaillierteres modell bekommen teilt mir eure meinung gerne unten in den kommentaren mit wenn euch das video gefallen hat lasst mir gerne ein like und ein abo da ich bedanke mich jetzt erstmal recht herzlich fürs zusehen und hoffe ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder ein bis dahin und tschüss ․ also